Holzzeichen.de begrüßt Sie heute zum Thema Hochzeitsdekoration, Tischkarten, Menükarten oder auch Streuteile, wie Sie sehen können. Für jeden Anlass gibt es Tischkarten sowie Menükarten. Alle Holzzeichen können Sie mit Acryl-Malfarben anmalen. Dazu benötigen Sie noch einen Haushaltsspann, Alufolie sowie, wenn erwünscht, etwas Glitzer. Nehmen Sie ganz wenig Farbe, damit die Konturen erhalten bleiben. Wir zeigen es Ihnen. Nehmen Sie ruhig zwei Farben, um es lebendig wirken zu lassen. Mischen Sie mit Weiß oder einen anderen passenden Zweifarbe. Wie Sie sehen können, bleiben die Konturen recht gut erhalten. Mit der Weißen Farbe können Sie die Ränder noch etwas verschönern. Die Menükarte können Sie ganz einfach selbst am PC erstellen. Einfach aufkleben und schon ist Ihre Menükarte fertig. Wir wünschen Euch viel Spaß beim Basteln.